Wenn wir es jetzt so haben... Ähm... Oder nicht... Da kommen wir ja nicht hin zu. Das ist nicht die Lösung. Tja... Okay, das Ding schießt. Da hin. Da könnten wir hier was machen, aber das... Wird niemals tot. Hier könnten wir was machen. Guck mal das andere... Okay, Spielverderber. Müssen wir noch niedrig genug machen, dass das... ...dann abprallt. Vielleicht so... Vielleicht so... Und dann hier wieder so... ...und dann vier. Oder auch nicht. Es könnte gehen. Und was dann... Da drüben können wir nichts hin schießen. Da drüben können wir nichts hin schießen. Was dann so schräg kommen würde. Aber ich hätte nur eine Schräg... Das hat irgendwie... Ich kann ja durch. Das habe ich ja... ...nicht berücksichtigt. Ich kann hier... ...den hier machen... ...dann den hier... ...dann hier... ...dann hier... ...dann hier... Okay, das ist schlecht. Lösen sich dann die Portale auf... ...dann kann ich ja hier... ...oder nicht. Alles klar. So ging's. Fantastisch. Die nächste Kümmer wird auch in den Karten geschlossen. Ja, soviel zu abgeschlossen. Wichtiger Testapparat... ...zerstört. Okay, das ist verwirrend. Ja, da muss ich nur schneller fallen. Ja, da muss ich nur schneller fallen. Tja... Wie schaffen wir das jetzt? Ich müsste im Sprung... ...nach hier was schaffen. Das wäre ein Ding. Genau so. Okay, jetzt müssen wir das Rätsel wieder hinbekommen. Oh je. Das ist alles eine Kamera. Oh Gott. Dann bin ich doch so schlecht für... ...sieb ich doch heute nicht mehr. Wenn ich nicht ein Portal hätte... Jetzt können wir ja ein paar Mal machen, da du 7 bist. Ich frage die Richtung. Ich muss mich da rüber schießen lassen. Ich kann mich so schnell da... Ich kann mich da rüber schießen. Aha! Oh Gott! Oh Gott! Dann geht's rein. Dann muss es... Der rennt sich gerade wieder raus. Okay. Okay. So nicht. Oha! Jetzt muss ich nur noch da rüber kommen. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall! Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. ok ich glaube mein laptop hat sich mal nach irgendeinem windows update zugesetzt und da macht er schon nach zehn minuten irgendwie meldet er sich ab das hatte ich das hat immer irgendwie ok wie kommt man denn hier raus ja 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 ich weiß dass ich mich selbst in zu weit genug schneiden an das ist WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des 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 WDR das muss noch weiter hier ist sehr schön nach ewig werden noch mal durchgekommen ich hoffe die Kameras jetzt äh ich glaube da falsch rum das ist ja ehrlich oh nein müssen wir das jetzt noch überstehen was ist das für eine Hölle hier um oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020